Alter, nee, nicht dein Ernst, schon wieder diese Kacke. Cool, ich kann ja Gravity Rotaten. Wie cool ist das denn? Also cool finde ich jetzt doch nicht mehr, jetzt checke ich es nämlich schon wieder nicht. Boah, irgendwie muss ich hier weiter. Okay. Okay. Ja! Endlich richtig rum. Und ich schaffe es natürlich wieder runterzufallen. Es gibt nur einen Weg. Wer schafft es runterzufallen? Ich. Oh, wie mich die jetzt schon wieder anrümpft. Oh, wie mich die jetzt schon wieder anrüst. das könnte dafür springen einfach auf diesen blöden Waldorf oh mann ich hab schon gedacht ich schaffe schon wieder nicht da bin ich gerage quittet so ein bisschen Explosium oder wie die Kreis nachfüllen Mongoleuts töten was ist das hier um? shit ich hab verkackt oh ne oder kann ich es jetzt schaffen bitte? so ich glaub man kann es irgendwie nicht schaffen wenn man es verkackt wenn man es nicht schafft dieses Ding da kaputt zu machen oh man schafft's nur mit reiner Gewalt ich kann hier einfach liegen das sind die Fuse ach doch nicht ach doch kann man auch so hoch dann ist es natürlich easy oh da kann ich jetzt hier mit Gravity umkehren hoppsa 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 da ist sie doch Skyler da ist sie doch oder die Nudel Skyrick Headquarters Skyrick Headquarters jetzt wird der Maximilian gefistet jetzt wird der Maximilian gefistet ist der mit nee was ist das? ach das ist so ein Headquarters man-made structure is in space aber was ist das jetzt hier bitte? ein Traktorstrahl oder sowas wir haben sie gefangen ah jetzt bin ich hier in der Base ich bin in der Hauptbase ich bin in der Hauptbase wats 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 oh ne oh ne gut oh ich bin der beste ey ich brauche die Fuse da unten lol lol das muss ich jetzt nicht checken oder? ich hoffe dass ich echt nicht checken muss weil ich tue es nämlich nicht warum letztlich es einfach weg ist alter Schwede wie Haha, ich werde dir zurück auf das. Boah, nee. Nee, ich bin dein Ernst, nochmal. So, jetzt habe ich dich aber. Ah, wunderbar. Zack, durch bin ich. Ble. Äh, jihau. Ja, jetzt darf ich da nicht rein. Weil sie mich hier... G-Swingen? Muss ich mich jetzt rumschwingen? Ja, ich habe es gehört. Oh, nein, John. Ich spreche über deinen G-Lifter. Du kannst ihn nutzen, um sich zu hoch und in hohe Gravite zu nehmen. Das klingt gefährlich. Und nicht bemerkbar. Es ist sicher. Ich habe es selbst versucht. Bestimmt, es ist sicher. Ich muss ein Terminal finden. Und G-Swingen zu erlauben. Hinten wahrscheinlich irgendwo. Wow. Genau da. Ja, drauf haben. Lala, ist das geil. Jesus. Wo ist es? Wow, wow, wow. Wie er lacht. Wie er lacht. Wie er lacht. Oh, ich muss gerne. Oh, shit. Juhu. Äh, wat? Die Richtung soll er blasen, ja? Jetzt muss er bloß reinjumpen. So easy ist es. Yeah. Easy. Das war jetzt auch einfach. Ich muss wieder hochpusten lassen, nur ein bisschen. Da muss ich einfach nur... Nur so rumjumpen. Das ist ja easy. Ich kann mich wieder hochpusten lassen. Jetzt kann ich gleich nach rechts. Achtung, ja klar. Nein! Pust! Boah, nee. Boah, nee. Wunderbar. Hab dich. Was muss ich jetzt hier machen? Da muss ich die ganze Zeit hier drauf bleiben. Oh, ist ja easy. Ich kann das auch so machen. Tschuuu. Einfach. Äh. Easy. Bro, du kannst mir nichts anhaben. Wollte ich dir schon immer mal sagen. Welche sind Laser? Lasers und Enemies. Oh, ich glaub der Laser ist ein bisschen stärker als den, den ich normal hab. ein wenig stärker. Oh boy. Hallo. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hab echt null Ahnung. Ich hab eine Ahnung. Ich hab eine Ahnung. hier. Hier kann ich jetzt Gravity umkehren. Hier kann ich jetzt Gravity umkehren. Gravity umkehren. Nee, noch nicht. Ich hab eine Ahnung. Ich hab jetzt hier durch. Jetzt werden hier die Dinger runtergeboostet. Ist runtergeboostet aber in denen. ist es einfach dieses Spiel. Sollte mal ein gescheites Spiel entwickeln für mich. Spiel zum verzweifeln hier. Was ist los? Was ist los? Hier ist es einfach. Hab ich gehört. Schalalalalalalala. Oh, fuck it.